es geht es ist immer ziemlich Rechnung was eingefügt ist nein Gart ich bin noch nicht endlich niemand das ist schon die Reden und so auch wenn wir in den Ehe vor dem Sporn ist X-Bund schreibt um zerstört sie leckt sich durch die gegend ja ich hatte gerade ein paar standbild aber ich gebe mir du bist in der luft geschwebt und zerstört 8 der scheiße Prozent ich könnte auch besser sagen wenn ich nicht immer gegen Wände laufen würde und so so easy for me 9 war das gerade die erste Runde oder die zweite zweiter weint nach so ich habe mich schon gefragt hey wie soll ich nun mal 30 Punkt über doch die 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 Nein, ich wollte nicht ihm verschrecken, sondern die anderen Leute auf dem Server... ...zu stiften, ihn zu ärgern. Die neue Taktik unseres Teams ist... ...spawn steht noch morgen. Hey, das Karte findet man ein Zentimeter vom Spawn weg. Oh, da steht ein Heavy. Und ein Spy. Ach, das ist Ray. Ich höre Vorwärter, habe Besuch, kein Dich, Matterdorst denn? Ich move ihn. 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 Er ist gemovet. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Du wolltest jetzt eigentlich Suicide, aber das wurde mir gerade nichts. Ich hoffe mal stark, ich habe gerade keinen Heavy, der aggressiv steht. Vielleicht. Du hast recht. Spice Nipper. Ja, 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 ja. Nice roll. Kommt erst mal der Heavy da an und fängt an rum zu grippen. Ich will das auch mal pumpen machen. Fail jump. Surprise? und vielen kam es ja so ein bekennender fack ein bekennender nach dem vorstürmen ich bin auch schon gar nicht in der Klasse drinnen wir brauchen wir noch die Nürftüge nicht mehr erhaut schießt so langsam und bisher er schon aus dem Gäste den Tückel die Städte Türe ich die Gäste ich meine da ist man für meine Schamme und er soll man gehen mit damit will das so starb ist jetzt nicht mehr mehr mit sonst nicht mehr zu überlegen schön und spüße alles später an einem schlitten und so weiter der hängt der hängt weg ich kann hier nichts treffen warum treff ich nix weil die Gepäckse wirst in was ist es mit zwei Sekunden früher sagt die Pippein Prozent er ich hab's geschafft noch immer zu strafen und dann kommt zwei der Herbler dann gehen wir heute auch wieder mal ja ich hab's für mich du sagst ich soll keine komischen Töne machen das ist unglaublich aber es geht damit zu passen war kein Max das war bei keinem und heißt er hat nur das waren für auch wir haben angeguckt ein auch ein bisschen geschaut und etwa ein feld und war ein auf woche wäre es noch ein schöner Backstab gewesen direkt durch die die Prozent das hat jetzt davon LVP hast du noch Rays lachen nach der Fuss genutet Ach komm nicht wie für der Pairos ab dem Team einmal mehr aber auch wenn es er zählt aus Prozent und was will ich da das geräusch das mir ein gratis kill ankündigt das ist ein medic hingelaufen lockst das ganz bein der die her also damit sowas macht man ja nicht ne was dann ich müsste hier in den wieser hat er mit vorwurts vor noch nicht Fülle haben wir uns nicht sagen es ist nicht ein bisschen auch Hallo Nein Nö ich will hier nicht runter voll und so ist es so was haben wir denn da Oh genau Warum du schon genau das ankommen wenn ich an immer du kommst immer um die Ecke ja ich warte drauf dass du ankluckst und dann komm ich um die Ecke das war schon wieder dieser Heavy ja das war jetzt mal Fail Fail vom feinsten Good work das ist schon 10 die Zeit Rippen danke oh man wie sehr Heavy das gibt's doch nicht ja der hat sich einen umbringen oh verdammt er regt mich so auf es ist er tot ausgezeichnet können wir wieder Spice Typen gehen Spice Scout wo bist du denn hin wer vergewaltigt gerne Spice Mittag gut zu wissen schön okay es ist ja schon wieder der LW ich bin zwar ein Spy und ich weiß dass Ray kein kein Spy ist aber ich hab trotzdem Angst dass er hinter mir her ist was ist das denn ho ho okay hattest du nicht mal ein Soldier Hut irgendwo läuft hier ins Gautau du hattest doch mal diesen hässlichen Soldier Hut das sind ja rote nein nein ich war klar mein Dick soll nicht an seiner Medikern riechen er soll an seiner Medikern riechen nein er soll nicht dran riechen er soll mich heilen ich hab einfach mal drei Leute an ich glaub ich bin ich das echt zu müde zum Spy checken so hier schloss gut wer hat mich denn jetzt runter geschmissen Mr. Jackson Leute ich will dann einen Spawner mit meiner Sentry ja 6000 kill mit dem Messer erreicht mit einem Schlag mit einem Schlag oder wie yo um ja ich hab 6.000 ein Peck sind die kill es ist unser Team wirklich dumm los zu pushen ja das ist hier die Schwestern davon gibt keine Ahnung erste praktisch in der Schulung die Schule aber das ist ja noch nicht mehr los hast du ja noch leicht hier ihr seid das ist der schwerste Abschnitt schwerste Abschnitt finde ich ist lost sieh mal ich hab grad einen Double Kill nur an dir gemacht ah nur einer zählt David schiebt hoch oh man das gibt's ja nicht aber ohne Team wird das hier nix ja das ist so sehr wichtig hier machen wir die mir gerade zu reg dich nicht auf machen äh medic ich ach stimmt da hat er die größten medic-skills die es gibt das reicht schon wieder dieser Held ich weiß nicht es geht ich weiß nicht alles die j Zeit ich weiß nicht nicht ich weiß nicht die sind Untertitelung. BR 2018